Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich freue mich sehr, dass wir heute das Bundes-Elterngeld- und Elternzeitgesetz abschließend beraten können. Das ist ein ganz wichtiger Schritt für die Familien in Deutschland. Die erste Lesung fand ja bereits am 27. November statt, vor ziemlich genau zwei Monaten. Dank der sehr konstruktiven Beratungen und Berichterstattergespräche sind wir heute in der abschließenden Lesung. Gemeinsam machen wir mit diesem Gesetz Tempo für Familien und stellen das beliebte Elterngeld besser und krisenfester auf. Unser Ziel ist ganz klar. Wir wollen Eltern dabei unterstützen, Familienleben und Beruf noch besser zu vereinbaren, und das partnerschaftlich. Um das zu erreichen, sorgen wir mit diesem Gesetz für mehr Flexibilität, für weniger Bürokratie. Wir kümmern uns darum, dass das partnerschaftliche Prinzip und die Partnerschaftlichkeit beim Elterngeld noch mehr verstärkt wird. Wir erhöhen die Stundengrenze für Teilzeit im Elterngeld auf 24 bis 32 Stunden pro Woche. Es soll zukünftig die Ausnahme sein, dass Eltern Nachweise über ihre Arbeitsstunden einreichen müssen, wenn sie während des Elterngeldbezugs in Teilzeit gearbeitet haben. Das erspart Eltern, Elterngeldstellen und den Betrieben auch jede Menge Bürokratie. Zudem machen wir mit diesem Gesetz das Elterngeld krisenfester und stärken damit unseren Familien den Rücken. So regeln wir, dass sich die Höhe des Elterngeldes für Teilzeitarbeitende Eltern nicht verändert, wenn sie zum Beispiel Kurzarbeitergeld oder Krankengeld erhalten. Denn wir wollen nicht, dass Eltern, die Lohnersatzleistungen beziehen, auch noch weniger Elterngeld bekommen. Und das ist gerade jetzt in Zeiten der Pandemie eine gute Nachricht. Wir verlängern wichtige Corona-Sonderregelungen, die wir im letzten Frühjahr eingeführt haben, bis zum Ende diesen Jahres. Und so müssen Eltern die vier zusätzlichen Elterngeld-Plus-Monate des Partnerschaftsbonus nicht zurückzahlen, wenn sie wegen der Pandemie oder einer Krankheit nicht wie geplant in Teilzeit arbeiten konnten. Und außerdem geschieht noch eines, was mir sehr wichtig ist und wo ich Ihnen auch sehr danke als Parlament. Wir sorgen dafür, dass Eltern, deren Kind zu früh geboren wird, besser gestellt werden. Mit dem Gesetzentwurf hatten wir ursprünglich einen Frühjahr im Monat vorgesehen. Und das Parlament hat dieses Gesetz jetzt noch mal besser gemacht. Es hat nämlich dafür gesorgt, dass Kinder, die mindestens acht Wochen zu früh geboren wurden, einen weiteren zusätzlichen Elterngeld-Monat bekommen. Also zwei Monate wird das Kind zwölf Wochen zu früh geboren, gibt es drei zusätzliche Elterngeld-Monate. Und wenn das Kind 16 Wochen zu früh geboren wird, dann gibt es sogar vier zusätzliche Elterngeld-Monate. Und damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass wir eben einen großen Unterschied sehen, ob ein Kind sechs Wochen oder 16 Wochen zu früh geboren wird. Und es ist eine gute Entscheidung, dass das so verabredet und vereinbart worden ist. Und dafür möchte ich Ihnen sehr, sehr herzlich danken. Hier im Parlament, das haben Sie erreicht. Herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, mit diesem Gesetz machen wir das Elterngeld partnerschaftlicher, flexibler, unbürokratischer. Und wir stärken Familien in unserem Land mit der bekanntesten und beliebtesten Familienleistung Deutschlands. Über sieben Milliarden Euro geben wir jedes Jahr dafür aus. Die Elterngeld-Reform ist ein Bestandteil, ein Baustein unserer modernen Familienpolitik. Eine Politik, die die Interessen und Bedürfnisse der Eltern und der Familien in den Mittelpunkt stellt. Und deshalb ist es ein gutes Zeichen, gerade in der Krise. Und deshalb vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Landsleute, der Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Elterngeld ist kein großer Wurf, sondern eher ein mageres Herumdoktern an einem System, das einer grundlegenderen Reform bedarf. Der positivste Aspekt des Gesetzes ist noch, dass die Problematik bei Flüchern tatsächlich angegangen wird. Die geplante Lösung überzeugt aber nicht komplett. Um nämlich die medizinische, die notwendige Versorgung Frühgeborener zu berücksichtigen, haben wir als AfD sogar die Empfehlung des Bundesrates auf unserer Seite, wenn wir sagen, dass das Elterngeld ab der Entlassung des Kindes aus dem Krankenhaus beginnen soll. Beim Bezug von Elterngeld Plus verschlechtert der Gesetzentwurf sogar die bisherige Lage der Eltern. Mit der neuen Regelung können Eltern nur bis zum 32. Lebensmonat Elterngeld Plus beziehen, statt wie bisher bis zum 48. Monat. Hier muss man zwangsläufig feststellen, dass die Regierung nicht nur ihren eigenen Anspruch der Flexibilisierung konterkariert, sondern sogar bewusst an den Eltern sparen will und einen ersatzlosen Verfall der Familienleistungen billigend in Kauf nimmt. 2007 hatte die damalige Bundesregierung die Einführung des Elterngeldes noch mit der extrem niedrigen Geburtenrate und der Wahlfreiheit zwischen den verschiedenen Lebensentwürfen begründet. Davon ist heute nicht mehr viel übrig. Anstatt für eine moderne, aktivierende Familienpolitik Geld in die Hand zu nehmen, um die demografische Krise auch zu überwinden, betreibt das SPD-geführte Ministerium heute vielmehr ideologische Gleichstellung. Der Partnerschaftsbonus ist zwar rhetorisch gut geframed, aber es besteht hier keine Chancengleichheit unter den Familienmodellen. Mit den zusätzlichen Bonusmonaten werden nämlich zum Beispiel Doppelverdienerpärchen im öffentlichen Dienst mit einem Kind belohnt, während Selbstständige sich schwer damit tun, volle zwölf Monate in Elternzeit zu gehen. Und was ist eigentlich mit den Eltern, die mehrere Kinder haben? Sie leben meistens das Alleinverdiener- oder Zuverdienermodell, denn mit mehr Kindern fällt auch mehr Familienarbeit an. Die Regierung speist diese Eltern mit 150 Euro für 24 Monate ab. Das greift eindeutig in die elterliche Wahlfreiheit ein und hat nichts mehr mit der verfassungsrechtlich gebotenen Neutralität des Staates gegenüber den unterschiedlichen Familienmodellen zu tun. Daher fordern wir statt einem egalitären Umbau der Familie eine Gleichberechtigung aller Modelle. Und das geht am besten mit einer Erhöhung der Bezugsdauer von zwölf auf 18 Monate Basiselterngeld bzw. 36 Monate Elterngeld plus für alle Modelle, also auch für die traditionelle Familie, Frau Giffey. Um darüber hinaus eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erreichen, müsste aber unbedingt auch die Höhe des Elterngeldes angepasst werden. Die jetzige Berechnung des Elterngeldes basiert nämlich auf einer Statistik von 1986, was zeigt, das Elterngeld wurde real seit 35 Jahren nicht erhöht. War der Mindestbetrag bei Einführung des Elterngeldes noch vom damaligen steuerfreizustellenden Existenzminimum abgedeckt, so müsste dieser entsprechend dem Bericht der Bundesregierung im kommenden Jahr statt derzeit 300 Euro 455 Euro betragen, analog auch für einen Mehrlingszuschlag. Die Bundesregierung hat aber bis heute eine überfällige Anpassung versäumt und es besteht dringender Handlungsbedarf, um den schleichenden Sozialabbau in unseren Familien mit einer jährlichen Anpassung entgegenzutreten. Sowohl der Höchstbetrag als auch die politisch festgelegte Geringverdienergrenze müssen unter Berücksichtigung der Beitragsbemessungsgrenze ebenfalls um 36 Prozent erhöht werden. Denn nur mit einer Erhöhung des Mindest- und des Höchstbetrages können wir wahre finanzielle Sicherheit für alle Familien schaffen und es im Übrigen auch den Vätern ermöglichen, mehr Zeit mit den eigenen Kindern zu verbringen. Johannes Huber war das für die AfD-Fraktion, Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und jetzt kommt die schon vorhin eingekündigte Katrin Werner aus der Linken. Mir kommt sie auch nicht. Also wir haben hier eine falsche Liste vorliegen, deswegen erzähle ich hier dummes Zeug. Das gefällt mir nicht, aber nichts für ungut. Nadine Schön aus der Unionsfraktion, stellvertretende Fraktionsvorsitzende dort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir schließen heute die Elterngeldreform ab. Das Elterngeld ist eine der beliebtesten Leistungen für Familien in unserem Land. Das Elterngeld und die Elternzeit ist bisher schon sehr gut gewesen. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung hat es noch mal verbessert. Und wir im parlamentarischen Verfahren haben das, was gut war und verbessert werden sollte, noch einmal mehr verbessert. Und das ist ein gutes Signal an die Eltern und reiht sich ein in eine ganze Menge anderer Maßnahmen, die wir in dieser Legislaturperiode für Familien gemacht haben. Elterngeld und Elternzeit, das ist das Paradebeispiel christdemokratischer Familienpolitik. Denn wir schaffen damit Zeit für Familien. Wir ermöglichen die finanzielle Unterstützung. Und wir ermöglichen Wahlfreiheit. Das Elterngeld zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr flexibel ist. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, wie Paare die Erziehung und Betreuung ihrer Kinder mit der Berufstätigkeit verbinden können. Und das machen wir mit diesem Gesetzentwurf noch ein Stück flexibler. Bisher musste man beim Bezug von Elterngeld plus zwischen 25 und 30 Stunden arbeiten. Diesen Korridor passen wir an auf 24 bis 32 Stunden. Und das passt besser zu einer normalen Achtstundenzeit. Bisher mussten beide Partner vier Monate parallel in Teilzeit arbeiten, um Partnerschaftsmonate zu bekommen. Auch das ändern wir. Künftig kann man wählen zwischen einem und vier Monaten. Und parallel dazu machen wir es auch noch bequemer. Wir haben vor kurzem einen Gesetzentwurf verabschiedet oder ein Gesetz verabschiedet, wo wir die Digitalisierung des Elterngeldes beschlossen haben. Und wenn das umgesetzt ist, wird es künftig ganz einfach möglich sein, von der Couch aus das Elterngeld zu beantragen, sich zu informieren, den Antrag zu stellen, medienkruffrei, alles von der Couch aus ganz bequem. Und es freut mich sehr, dass wir im parlamentarischen Verfahren verschiedene Dinge verbessern konnten. Und ganz besonders am Herzen liegt mir die Regelung zu den Frühchen. Die Zeit, die ein Baby im Bauch nicht hatte, braucht es auf der Welt umso mehr. Die kleinen Kämpfer haben es in den ersten Monaten besonders schwer. Sie brauchen mehr Zeit, um den gleichen Entwicklungsstand zu erreichen wie Kinder, die wie geplant zur Welt gekommen sind. Sie brauchen noch mehr Pflege, Fürsorge, Zuwendung, Unterstützung, manchmal auch noch mehr ärztliche und therapeutische Hilfe. Und das kostet auch für die Eltern viel Kraft und Zeit. Und deshalb werden wir das künftig so machen, dass ein Kind, das sechs Wochen zu früh gekommen ist, deren Eltern haben einen Elterngeldmonat mehr. Ab acht Wochen sind es zwei Elterngeldmonate mehr. Ab zwölf Wochen drei Elterngeldmonate mehr. Und bei 16 Wochen sind es vier Elterngeldmonate mehr. Das ist eine kleine Unterstützung für diese Familien in dieser schweren Zeit, dass sie mehr Zeit für die Kinder haben, mehr Zeit für Unterstützung, für Zuwendung und um die Entwicklungsrückstände, die frühgeborene Kinder einfach haben, besser aufholen zu können. Und dass gerade die Corona-Krise für Familien eine besondere Belastung ist, das sehen wir ja alle jeden Tag. Und das können wir leider auch nicht komplett abfedern. So ehrlich müssen wir sein. Aber wir versuchen, wenigstens die finanziellen Einbußen zu schmälen. Schmälernd so auch beim Elterngeld. Wir haben hier schon verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht. Etwa, dass der Bezug von Kurzarbeitergeld nicht reinschlägt bei der Berechnung des Elterngeldes. Wir haben jetzt die Regelung der Partnerschaftsbonusmonate verlängern. Und auch die teilweise Nichtanrechnung des Elterngeldes auf Ersatzleistungen wie das Kurzarbeitergeld und das Krankengeld verändern wir. Und wir haben hier gerade in der Krise gesehen, dass das ein Bedarf ist, den wir nicht nur in Krisenzeiten haben. Das machen wir auch für Regelungen außerhalb der Krise. Ich finde, es ist ein guter Gesetzentwurf, der sich einreiht in eine ganze weitere Menge von Maßnahmen. Sei es Kindergeld, Kinderzuschlag, Alleinerziehendenzuschlag, Alleinerziehendenfreibetrag, das Baukindergeld und viele weitere Maßnahmen. Und deshalb ist das eine gute Legislaturperiode für Familien. Und das hier ein weiterer wichtiger Baustein dafür. Nadine, schön war das für die Unionsfraktion, wo sie stellvertretende Vorsitzende ist. Und wir haben uns jetzt mal schlau gemacht, wie denn hier die Reihenfolge bei den Rednern tatsächlich ist. Und man hat uns gesagt, der nächste Redner sei Gregorios Agelidis aus der FDP-Fraktion, wo er familienpolitischer Sprecher ist. Aber es gibt eine... Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Gregorios Agelidis. Aber es passt sogar diesmal. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Ministerin. Nach zwei Jahren endlich die lang avisierte und überfällige Reform des Elterngeldes. Und die jetzige Vorlage zeigt aus meiner Sicht, aus unserer Überzeugung, wie wichtig es ist, wie wichtig unser Parlamentarismus wirkt und wie sehr Debatten prägen können und auch Verbesserungen durchführen. Und wie sehr auch eben eine konsequente Oppositionsarbeit wirkt. Immer wieder habe ich auch hier festgestellt, was es für notwendige Verbesserungen hier gibt. Und deswegen freuen wir uns, freue ich mich ganz besonders, dass zu den positiven Aspekten, die Sie übernommen haben, wir hier einige Beispiele nennen können. Sie haben oder wir haben, wir freuen uns sehr darüber, dass wir endlich es durchgekriegt haben, dass Sie übernehmen, dass es für die Frühchen eine bessere Regelung geben soll, als so, wie sie es bisher war. Und ich danke da im Zweifel besonders auch die CDU, die unsere Anregungen übernommen hat. Das ist eine gute Lösung. Auch, dass Sie die Arbeitszeitkorridore angepasst haben, dass Sie bei den Partnerschaftsmonaten entsprechend flexibilisiert haben. All das sind Dinge, die wir begrüßen. Und wir begrüßen auch sehr, dass Sie die Anrechnung, was das Thema Lohnersatzleistung angeht, an das Elterngeld verbessert haben. Insgesamt fehlt aber Entscheidendes, auch wenn es ein besserer Entwurf ist, jetzt durch das Parlament. Denn Entscheidendes packen Sie wieder nicht an. Weder beim Krankengeld noch beim Insolvenzgeld oder beim Kurzarbeitergeld, die werden nicht voll beim Elterngeld, bei der Berechnung des Elterngeldanspruchs berechnet oder berücksichtigt. Und genau das fordern wir, damit Familien vorausschauend auch in den kommenden Krisen oder in kommenden Krisensituationen finanzielle Sicherheit haben. Darüber hinaus möchten wir, dass gerade jetzt in der Pandemie, wenn man sich anguckt, wie sehr die Familien unter Druck geraten, wenn man sich anguckt, wie das mit Kitaschließungen aussieht, dass es eine Verlängerung des Elterngeldes gibt, wenn keine Eingewöhnung möglich ist oder diese Eingewöhnung deutlich länger dauert. Diese Verlängerung beim Elterngeld haben wir beantragt. Bitte folgen Sie dem. Und auch die viel zu lange Bearbeitungsdauer wird nicht durch die Digitalisierung des Elterngeldantrags verbessert, sondern viel zu lange müssen Familien monatelang auf ihr Geld warten. Auch da fordern wir, schaffen Sie über eine digitalisierte Bearbeitung der entsprechenden Geschwindigkeit und ermöglichen Sie es, Abschlagszahlungen zu machen, beziehungsweise den Antrag haben wir hier vorgelegt, damit Eltern, damit Familien eben schnellstmöglich zu ihrem Geld kommen und nicht monatelang darauf warten. Und da Sie ja gerade darüber gesprochen haben, dass es Familien gibt, die besonders Unterstützung brauchen, wir fordern, geben Sie die Möglichkeit, das ist auch unser Antrag, Pflegefamilien, Pflegeeltern, dass sie auch das Elterngeld beanspruchen können. Das brauchen diese Familien, das brauchen diese Eltern und vor allem brauchen das und tut es den Pflegekindern gut, meine Damen und Herren. Und deswegen wären gerade diese Änderungen, unter anderem, die wir vorgeschlagen haben und die wir auf den Tisch gelegt haben, gerade in dieser Pandemiezeit so unglaublich wichtig. Eine bessere und vorausschauende Elterngeldreform wäre... Herr Kollege, achten Sie darauf, dass Ihre Redezeit abgelaufen ist. Letzter Satz, Herr Präsident. So, und deswegen gilt auch heute eins, wer gute Familienpolitik wählt, muss Freie Demokraten wählen, weil wir die besten Lösungen in diesem Bereich haben. Danke. Gregorius Agelidis für die FDP-Fraktion, dort familienpolitischer Sprecher und ich unternehme mal einen weiteren Anlauf, Kathrin Werner anzukündigen aus der Linksfraktion, wo sie Sprecherin für Familien- und Seniorenpolitik ist. Und tatsächlich, sie steht auch schon und ist auf dem Weg zum Pult. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beraten abschließend über den Gesetzentwurf zur Änderung des Elterngeldes und der Elternzeit. Ja, der Bezug von Elterngeld soll etwas flexibler werden. Die Möglichkeiten zur Teilzeit werden ein wenig besser. Und es soll einfacher werden, den Partnerschaftsbonus zu erhalten. Auch werden Eltern von frühgeborenen Kindern besser unterstützt. Nach großer Kritik in der Anhörung hat die Große Koalition sich sogar zu einer besseren Frühgeburtenregelung durchringen können. Das sind alles Schritte in die richtige Richtung. Aber Frau Giffey, auch wenn Sie sagen Reform, wir sagen wieder nur, es ist ein Reformchen. Was ist mit der besseren Unterstützung von ärmeren Familien? Wo sind die mutigen Schritte zu mehr Partnerschaftlichkeit? Jahrelang wurden die großen Probleme für viele Familien wiegen gelassen. Und wir finden, die Baustellen in den letzten Jahren sind größer geworden. Und wissen Sie, ich will einfach mal ein Bild machen. Jeder weiß, auf großen Baustellen braucht es große Bagger, um schnell voranzukommen. Und Frau Giffey, manchmal hat man das Gefühl, Sie sitzen mit Ihrem Schäufelchen im Sandkasten. So werden wir nie fertig, so kommen wir nicht schnell voran. Wir alle wissen, die Corona-Krise hat zu einer enormen Mehrbelastung von Familien geführt. Es hat sich gezeigt, dass die traditionellen Rollen- und Aufgabenverteilungen zwischen Männern und Frauen zementiert wurden. Immer noch übernehmen vorwiegend Frauen die Haus-, Sorge- und Erziehungsarbeit. Jetzt kommt Homeschooling dazu. Selbst Sie, Frau Giffey, haben am Mittwoch darauf hingewiesen, in der Regierungsbefragung. Und es ist jetzt an der Zeit, Maßnahmen für eine gerechtere Aufteilung der Sorgearbeit von Familien zu fördern. Die Linke fordert zwölf Monate Elterngeld pro Elternteil und das nicht übertragbar. Für alleinerziehende 24 Monate. Und es ist jetzt an der Zeit für mehr Partnerschaftlichkeit. Eine weitere Baustelle beim Elterngeld liegt vollkommen brach. Die bessere Unterstützung von ärmeren Familien. Sieht die Bundesregierung nicht mal in Betracht. 2007 wurde das Elterngeld eingeführt. 14 Jahre. 14 Jahre liegt der Beitrag bei 300 Euro. Keine Steigerung. Die Linke sagt, das muss sich ändern. Und zwar jetzt. Mindestens auf 400 Euro muss er angehoben werden und sollte jährlich steigen, so wie auch die Aufrabreise steigen. Und bei Menschen in Hartz IV wird das Elterngeld sogar angerechnet. Sie gehen also komplett leer aus. Die Familien, die es am dringendsten benötigen, werden wieder ausgeschlossen. Und da sagen wir, das darf nicht sein. Solange wir keine Kindergrundsicherung haben, muss die Anrechnung von Elterngeld auf Hartz IV abgeschafft werden. Und es ist jetzt Zeit für einen sozialen Aufbruch. Benachteilige müssen stärker in den Blick genommen werden. Und Solidarität muss stark gemacht werden. Und ich sage wie beim letzten Mal, wenn nicht jetzt, wann dann? Stimmen Sie unseren Anträgen zu. Das wäre ein guter Anfang. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Ekin Döligös, Bündnis 20 die Grünen. Und Ekin Döligös ist Kinder- und familienpolitische Sprecher in Ihrer Fraktion. Liebe Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, das, was wir heute beschließen im Bereich des Elterngelds, das ist ein wichtiger und auch notwendiger Schritt. Aber der große Wurf ist es nicht. Sie sind sehr klein klein in dem, was Sie machen. Und was mich wirklich am meisten ärgert, hat meine Kollegin von den Linken auch gesagt. Wir schaffen mit dem Elterngeld einen Schonraum für Eltern, gerade wenn die jungen Babys auf der Welt sind. Diesen Schonraum gestehen wir mit einem 300 Euro Basisgeld auch Menschen zu, die zu Hause, also Hausfrauen zu und Männer, die zu Hause sind. Aber bei Hartz IV rechnen wir das an. Das heißt, für Menschen, die in Grundsicherung sind, sagen wir, ihr habt keinen Schonraum. Warum nicht? Warum nicht? Ich verstehe das nicht. Wenn wir das allen Eltern zukommen lassen sollten, sollten wir da nicht unterscheiden, ob es die Menschen in Grundsicherung sind oder nicht. Das Zweite ist, Sie reden über Flexibilisierung. Aber Sie machen nicht wirklich eine echte Flexibilisierung. Eine mutige Flexibilisierung würde sagen, es gibt Zeiten, wo Kinder ihre Eltern brauchen. Manchmal ist es auch das erste Schuljahr. Das ist dieser Übergang vom Kindergarten in die Schule, ist eine sehr, sehr fragile Lage. Und warum sollten dann Vater und Mutter nicht mal sechs Monate zu Hause bleiben und das Kind in dieser Phase begleiten können? Wenn wir das den Eltern zugestehen, würden wir ihnen mehr Vertrauen entgegenbringen und sie wirklich Unterstützung. Und das wäre eine Flexibilisierung, dass dein Namen auch verdient in der Form. Oder lassen Sie uns über die Partnerkomponente reden. Nur, dass ich alle Zweifel hier aufhebe. Ja, ich will mehr Anreize für Väter. Ich will, dass Väter sich an der Erziehung beteiligen können. Möglichst gut. Deshalb schlagen wir vor, acht, acht, acht. Acht für Mutter, acht für Vater, acht zur gemeinsamen Verfügung. Eine echte paritätische Aufteilung, das wäre doch unser Ziel. Und nicht ein bisschen und ein paar Tage. Und, nein, wir schwächen die Familien nicht, wenn ich den Zwischenruf aufnehmen kann. Wir stärken die Familien. Viele Väter wollen ihren Kindern nicht mehr aus der Ferne zuschauen. Sie wollen mit ihren Kindern gemeinsam Zeit verbringen. Sie wollen nicht mehr die Kinder nur abstellen. Und wenn die Väter das wollen, dann sollten wir ihnen das auch genehmigen. Ihr Lebensmodell ist schon lange vorbei in Deutschland. Das ist schon lange vorbei. Die neuen Familien ticken anders als sie. Und Gott sei Dank ist es auch so, weil auch Kinder ihre Väter brauchen. Ausrufezeichen. Und das Letzte. Ja, Selbstständige und Pflegeeltern. Auch da müssen wir nochmal den Blick hinwerfen. Weil auch da brauchen wir eine stärkere Unterstützung. Gerade bei den Pflegeeltern. Sie können zwar Elterngeld in Anspruch nehmen, aber nur, wenn es Kleinkinder sind. Und was ist aber, wenn ich ein älteres Pflegekind bekomme? Dann bekomme ich es nicht. Aber gerade dann, gerade in so einer schwierigen Situation, brauche ich auch Zeit und Raum für dieses Kind. Und deshalb brauchen wir hier eine echte Reform. Genau für diese Menschen, die in diesem Land etwas Gutes tun, um sie zu unterstützen. Wir sollten Eltern vertrauen. Und wir sollten in diesem Vertrauen ihnen auch mehr Flexibilität gewähren. Vielen Dank. Stefan Schwarze ist der nächste Redner aus der SPD-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, liebe Eltern, und die es noch werden wollen. Das Elterngeld ist seit seiner Einführung 2007 eine Erfolgsgeschichte. Flexibilisierung, Vereinfachung und Verbesserung, darum geht es heute. Immer mehr junge Eltern nutzen die Möglichkeiten, durch das Elterngeld mehr Zeit für die Familie zu haben. Arbeits- und Familienzeit gleichberechtigt untereinander aufzuteilen. Genau das ist der Wunsch der Familien. Der Erfolg ist aber auch ein Auftrag, die Regelung immer wieder den Umständen, Bedürfnissen und Wünschen anzupassen. Wie wir das auch in ganz besonderer Weise in dieser Corona-Krise immer wieder tun. Und wie wir heute das Elterngeld insgesamt weiterentwickeln. Ich danke Ministerin Franziska Giffey für ihren guten Entwurf. Und ich danke dem Koalitionspartner für die schnelle, konstruktive Beratung, in denen wir noch wichtige Dinge für die Eltern erreichen konnten. Auf drei wichtige Änderungen möchte ich kurz eingehen. Beim Partnerschaftsbonus sind wir all die Dinge angegangen, die Eltern bisher davon abgehalten haben, ihn zu nehmen. So erweitern wir den Stundenkorridor auf 24 bis 32 Stunden Teilzeitarbeit. Das ist lebensnah, denn jetzt sind eine drei- oder vier-Tage-Woche möglich. Es wird also flexibler und einfacher. Wir haben aus der Krise gelernt und sorgen dafür, dass Kurzarbeit oder Krankengeld sich nicht mehr negativ auswirken. Eine Regelung, die wir hier in dem Bereich auf Dauer übernehmen. Wenn ein Kind zu früh auf die Welt kommt, ist dies für Eltern und Kind oft eine riesige Herausforderung. Deswegen führen wir eine neue Regelung für diese Familien in das Elterngeld ein. Deswegen werden wir diese Familien länger unterstützen. Ich bin froh, dass wir an dieser Stelle noch einmal Verbesserungen für die Familien erreichen konnten. Das lag uns gemeinsam wirklich am Herzen. Künftig wird es gestaffelt, je nachdem, ob das Kind sechs, acht, zwölf oder 16 Wochen zu früh geboren wurde, je einen weiteren Monat Elterngeld geben. Diese Regelung gibt den Familien Zeit, Zeit, die sie dringend benötigen. Und als dritten Punkt möchte ich auf die Neuregelung für die kleine Selbstständigkeit oder Mischeinkünfte hinweisen. Insbesondere auch Ehrenamtliche mit kleiner Aufwandsentschädigung profitieren von diesen Änderungen. Das Elterngeld wird sich immer weiterentwickeln. In der nächsten Legislaturperiode werden wir sicherlich über die Höhe des Elterngelds sprechen müssen und auch darüber, ob wir Pflegeeltern in den Elterngeldbezug mit aufnehmen. Flexibilisierung, Vereinfachung, Verbesserung machen das Elterngeld noch attraktiver. Oder wie wir in Ostwestfalen sagen, da kannst du nichts von sagen. Stefan Schwarze noch mit ein paar Gepflogenheiten aus dem Ostwestfälischen. Und damit kommen wir schon zum vorletzten Redner in dieser Debatte, in dieser Aussprache zum Bundeseelterngeld- und Elternzeitgesetz bzw. dessen Änderung. Das ist Maik Bermann aus der Unionsfraktion. Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht Maske abstimmt und es hat sich schon so daran gewöhnt. Vielleicht kurz vorweg. Wir befinden uns heute in der Kerndebatte des Deutschen Bundestages. Und wir sagen immer, Familien gehören auch zum Kernstück unserer Gesellschaft. Deswegen freue ich mich besonders, dass wir gleich zwei familienpolitische Themen heute Morgen auch in der Kernzeit diskutieren. Ich finde, da gehören sie auch hin. Wir haben jetzt auch schon viel zu dem Gesetzentwurf, zu der Verbesserung des Elterngeldes gehört. Jawohl, es ist eine Erfolgsgeschichte. Als das 2007 von Frau von der Leyen hier eingebracht wurde, ist das mit 4 Milliarden Euro gestartet. Jetzt sind wir bei über 7 Milliarden. Ich bin mir sicher, wir werden in diesem Jahr sicherlich noch an die 8 Milliarden kommen. Das heißt, das ist etwas, was wir für Familien ganz konkret auch zur Verfügung stellen. Man kann das nicht immer so kleinreden. Und wissen Sie, was auch spannend ist, liebe Kolleginnen und Kollegen? Eigentlich stellen sich heute alle Kollegen auch ans Rednerpult und sagen, dass die Dinge, die jetzt mit diesem Gesetz verändert und verbessert werden, ganz okay und ganz gut sind. Mehr geht immer. Mehr geht immer. Und deswegen, weil Sie eigentlich auch alle von der Opposition gesagt haben, dass das, was wir jetzt machen, gut ist, können Sie sowohl dem Gesetzentwurf als auch dem Änderungsantrag zustimmen. Ich lade Sie dazu auf jeden Fall herzlich ein. Und jetzt auch noch mal was vielleicht zu den Kosten, damit man das mal so ein bisschen auch sich zu Gemüte führen kann. Hier wird ja gefordert, das Mindestelterngeld zu erhöhen. Ja, das ist sicherlich ein Punkt, über den wir diskutieren müssen. Das tun wir dann auch sicherlich in der nächsten Legislatur. Aber nun mal so. Die Anhebung des Elterngeldes, des Mindestelterngeldes auf 350 Euro im Monat kostet 160 Millionen im Jahr. Auf 400 Euro im Monat kostet 290 Millionen im Jahr. Und wenn ich die Höchstgrenze auf 2.100 Euro erhöhe, sind es noch mal 200 Millionen Euro im Jahr. Wir haben aber hier die Aufgabe gehabt, diese Veränderung aus dem eigenen Etat des Hauses zu bestreiten. Und da sind die Mittel begrenzt. Und ich finde, mit den begrenzten Mitteln, die wir hatten, haben wir wirklich viel auf den Weg gebracht. Und dann wird ja auch immer hervorgehoben, und auch darüber muss man dann vielleicht irgendwann diskutieren, dass man oder dass das Elterngeld nicht auf die Grundsicherung oder auf Sozialleistung angerechnet werden soll. Die Anhebung oder die Anrechnung des Elterngeldes auf Sozialleistungen trägt aber ja dem Umstand, dann eben nur mal Rechnung, dass der Bedarf der Eltern und der Kinder im System der Grundsicherung durch die Regelsätze und die Zusatzleistung eben auch bereits gesichert ist. Auch das gehört zu weit dazu. Das dürfen wir nicht vergessen bei der Debatte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich aber ganz besonders, weil es eben tatsächlich eine Herzensangelegenheit von mir war. Meine Kolleginnen und Kollegen sind schon auf die Punkte eingegangen. Aber die Frühchenregelung, die möchte ich eben auch noch mal erwähnen. Weil diese Regelung, dass man eben ein Elterngeld Monat mehr bekommt, wenn ein Kind sechs Wochen zu früh geboren wurde, das hat ja auch einen medizinischen Grund, weil ein Frühchen ist ein Frühchen, wenn es mindestens sechs Wochen zu früh geboren ist. Und danach machen wir einfach weiter mit der Anlehnung monatsgerecht acht Wochen, zwei Monate mehr, zwölf Wochen, drei Monate mehr, 16 Wochen, vier Monate mehr. Ich glaube, das ist eine gute Regelung, wo wir vielen Eltern eben auch mit unterstützen. Und auch das sind 20 bis 25 Millionen Euro im Jahr. Das dürfen wir eben auch nicht vergessen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, wir haben mit den begrenzten Mitteln, die wir haben, ein gutes Vorhandlungsgesetz noch besser gemacht. Deswegen bitte ich um Zustimmung und lade alle herzlich dazu ein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mike Bermann aus der Unionsfraktion war der vorletzte Redner in dieser Aussprache. Und hat zu Beginn auch noch mal darauf hingewiesen, dass ja gleich im Anschluss an diesen Tagesordnungspunkt ein weiteres familienpolitisches Gesetzesvorhaben auf der Agenda steht. Da geht es ja um die Kinder- und Jugendstärkung. Aber jetzt erst noch mal Silke Launert für die Unionsfraktion und, wie gesagt, letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Wie können wir junge Mütter dabei unterstützen, dass sie nach der Geburt des Kindes vielleicht auch beruflich den Anschluss nicht verlieren, sich sogar weiterentwickeln können, ihr Potenzial entfalten können, wenn sie das wollen? Wie können wir jungen Eltern mehr partnerschaftliche Teilhabe ermöglichen, wenn sie das wollen? Ja, und wie können wir Eltern von Frühchen helfen, die Herausforderungen, die entstehen, wenn ein Kind deutlich zu früh geboren wird, besser zu meistern? Wir haben uns diese Fragen gestellt, nach Antworten gesucht, und wir haben auch welche gefunden. Ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Mit diesen Maßnahmen wollen wir die Situation von jungen Eltern verbessern. Und dabei haben wir auch viele Anregungen, die aus der Praxis gekommen sind, mit einbezogen. Mehr Flexibilität war ein Wunsch, mehr partnerschaftliche Teilhabe war ein Wunsch und vor allem eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das sind die Kernelemente, die Grundpfeiler unserer Reformen. Und sie wurden im Einzelnen schon angesprochen, aber ich möchte sie auch noch mal ansprechen. Selbst im Zug, aber insgesamt mehrfach, hat mich ein Vater darauf angesprochen, er würde ja so gerne sich beteiligen, auch Elterngeldmonate nehmen oder den Partnerschaftsbonus oder Elternzeit. Für ihn wäre es möglich, eine Viertageswoche, aber 30 Stunden ist schwierig mit seinem Arbeitgeber. Das ermöglichen wir jetzt. Warum? Weil wir die Höchstarbeitszeitgrenze für die Dauer des Elterngeldbezuges und während der Elternzeit von 30 auf 32 Wochenstunden erhöhen. Das heißt, auch da ist für die Elternteile, Mutter oder Vater, die das wollen, zumindest eine Viertagewoche möglich. Sehr viele Arbeitgeber sind da oft auch kulan zu sagen, okay, der Freitag nicht, aber diese Viertagewoche biete ich dir an. Dadurch können auch Väter, die dann stärker die Partnerschaftsbonus nutzen wollen, mehr davon profitieren. Man kann es sich aufteilen. Der Rahmen wurde auch hier verändert, Stundenkorridor, von 24 bis 32 Wochenstunden. Das heißt, zum Beispiel, kann auch andersrum sein, die Frau arbeitet drei Tage die Woche, der Mann vier Tage die Woche. Man hat vielleicht noch Großeltern im Hintergrund, die zwei Tage die Woche abdecken. Also wir ermöglichen hier mehr Flexibilität, und das basiert auf den Wünschen vieler Eltern. Die Bezugsdauer ist flexibler und natürlich eines der wichtigsten Anliegen. Wir nehmen die Eltern im Blick und die Kinder, die es zum Start in ein neues Familienleben besonders schwer hatten, die Kinder, die zu früh geboren sind. Da gibt es besonders viele Sorgen, Ängste, Nöte, Unsicherheiten. Die kann ein Parlament den Eltern nicht nehmen. Aber wir können ihnen etwas Zeit geben. Zeit, die verloren gegangen ist, Zeit, die die Eltern brauchen, um sich neu einzustellen, und Zeit, die das Kind benötigt, um Entwicklungsverzögerungen auszugleichen. Und deshalb begrüße ich diese neue Regelung sehr. Sie wurde schon erwähnt. Sechs Wochen vorher ein Monat extra, acht Wochen vorher zwei Basis-Elterngeldmonate extra, ab zwölf Wochen drei und ab 16 vier. Leider bringt der Präsident schon, deshalb muss ich zum Schluss kommen. Wir würden uns von der CSU auch gerne noch zwei weitere Monate für die Vetter wünschen, weil wir diesen drei Wünschen Flexibilität, partnerschaftliche Teilhabe, bessere Vereinbarkeit von Familie, weil uns diese drei Wünsche sehr wichtig sind und wir die gerne mit Ihnen in der Zukunft weiter verwirklichen werden wollen. Applaus 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 Applaus